Die Feldenkreis Akademie ist eine Online-Lernplattform für Feldenkreislehrer. Zeit- und räumlich vollkommen unabhängig. Wir bieten Workshops und Advanced Trainings, FI-Analysen und Dreitageskurse zu allen Themen rund um Feldenkreis. Sehen wir uns den Kurs Die Augen an. Die Kurse sind übersichtlich und klar strukturiert. Sie sind jederzeit abrufbar und ohne technische Vorkenntnisse zu bedienen. Von hier aus kann ich direkt ein Video starten. In den Videos kann ich über die Vorschau-Funktion genau die Stelle finden, die mich interessiert und sie ansehen, so oft ich will. Mit einem Klick habe ich die Vollbildfunktion eingestellt. Audiodateien lassen sich direkt aus dem Programm starten. Auch das Arbeitsmaterial ist im Kurs verfügbar. Im Anhang können die Notizen als PDF eingestellt werden. Ich kann sie mir entweder direkt ansehen oder über die Download-Taste auf meinen Schreibtisch speichern für meinen nächsten Workshop. Die Videos erlauben uns, FIs aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Ich kann Beobachtungen und Ideen übertragen und einen unmittelbaren Vergleich mit täglichen Bewegungsabläufen sehen. Close-Ups vertiefen unser Verständnis im Detail. So lernen wir auf verschiedenen Ebenen. Informationen können zusätzlich schriftlich und visuell abgespeichert werden. Über das Inhaltsverzeichnis habe ich jederzeit Zugang zu Hintergrundinformationen. Alle externen Videos können direkt aus dem Programm gestartet werden. Literaturverzeichnisse und Links zu externen Quellen eröffnen uns weitere Lernmöglichkeiten. Jeder Teilnehmer erhält bei Bedarf eine Urkunde. So einfach kann ein Kurs gebucht werden. Ich kann mir entweder über die Vorschau-Funktion kostenlos einige Lektionen ansehen oder den Kurs direkt buchen. Hier stehen mir zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Ich kann über die Kreditkarte oder Paypal bezahlen. In diesem Feld lässt sich eventuell ein Gutschein eintragen und mit Anwenden bestätigen. Um den Bezahlvorgang abzuschließen, müssen nur wenige Daten eingegeben werden. Der Kurs ist direkt abrufbar. Ein questa Abrufbar. Auch durch und völlig 32. Ein Autohärtig. 5.